Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Willkommen in diesem wunderschönen Ford S-Max Titanium 7-Sitzer mit folgender Ausstattung. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser S-Max ein CD-Radio Sony MP3 mit Lenkradbedienung und AUX-Anschluss. Die Bluetooth-Freisprecherlage verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto, sodass Sie telefonieren können, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Seine besondere Note erhält der Titanium durch schicke 17 Zoll-Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben hinten, ein Chrom-Dekor rundum und das LED-Tagfahrlicht. Im Innenraum gibt es vier elektrische Fensterheber, eine automatische Klimaanlage, Tabletts hinten, Sonnenrollos hinten, ein klimatisiertes Handschuhfach, sieben Sitze. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt dieser S-Max mit einem Parkpilot hinten und vorne, einer automatischen Klimaanlage, dem Bautcomputer Converse, einer heizbaren Frontscheibe mit Solarreflekt, dem Tempomat und dem Rennregensensor. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und 7 Airbag parat. Elektrische Außenspiegel, sieben Kopfstützen und Nebellampen. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Besuchen Sie uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.